ARD Text im Auftrag des ZDF Ach je, Honighuf. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ha! Oh Mann, das sind aber ungezogene Typen. Oh Mann, ungezogene Typen. Hört sofort auf, mich so gemein nachzumachen. Hört sofort auf, mich nachzumachen. So, doofe Terrier. Jungs sind mächtig und auch kräftig. Mädchen sind schwach. Werft ihr in den Bauch. Ha! Ha! Chloe, lass mich die Prinzessin sein. Ich hab eine Idee. Okay. Mädchen sind mächtig und auch kräftig. Jungs sind schwach, also werft sie in den Bach. Das war sehr beeindruckend. Du hast uns besiegt. Wenn du uns brauchst, sind wir für dich da. Vielen Dank. Wir sind da. Auf diesem Bauernhof bin ich aufgewachsen. Hier finden wir genug Essen für die Babys. Määäää! Oh, nein! Sehr gut, Bingo. Okay, wir schlüpfen in einen Geheimtunnel und sind in unserem Schutzkeller. Dort gibt es auch eine Hängematte. Dann klettern wir auch in den Tunnel. Geht nicht. Da ist ein Gullideckel drüber und der ist verschlossen. Tja, dann hol ich mir eine Axt und mach den Deckel weg. Er ist aus Metall. Deine Axt bricht ab. Hm, womit kommt man durch Metall? Äh, Diamant? Bandit, hilf ihm doch nicht. Entschuldige. Wir nehmen eine Diamant-Axt und kommen durch. Hurra! Oh, nein! Schnell! Wir müssen abhauen. Wir rennen zum Auto. Ja, aber es ist ein cooles Auto. Na los, na los, na los! Juhu! Louis, wir nehmen unser Traumhaus-Auto. Oh ja! Das was? Das Traumhaus-Auto. Das ist ein gigantisches Traumhaus auf Rädern. Genau! Da gibt es 11 Burger-Läden und 20 Schlafzimmer und 40 Toiletten. Und einen Pool auf dem Balkon. Und wer fährt das? Und nicht schon früher in die Truhe geguckt? Ich weiß nicht genau. Tja, ich schreibe eine Geschichte, in der er sofort in die Truhe guckt und alle Leckerlis aufisst. Hey, wo ist denn die Schreibmaschine hin? Keine Ahnung! Da gehe ich mal Kalypso-Fragen. Wie soll ich denn eine Geschichte schreiben, wenn ich keine Schreibmaschine hab? Hey Snickers, was ist denn los? Alle haben schon gelernt, still zu sitzen. Außer mir. Aber du bist ein Würstchen-Hund. Bei dir dauert es eben länger. Warum? Weil du länger bist. Oh, ich bin nicht so gerne eine lange Wurst. Du kannst ja mit mir zusammen zu Kalypso gehen, Snickers. Vielleicht kann sie dir auch helfen. Okay. Danke, Louis. Hey, Wynton, was ist denn los? Alle rennen immer nur die ganze Zeit vor mir weg. Oh nein, das ist nicht wahr. Doch! Wynton, warum kommst du nicht einfach mit uns zu Kalypso? Vielleicht kann sie helfen. Okay, na dann mal los. Ich folge euch. Oh nein, wir werden angegriffen. Ich mach mir echt Sorgen. Nein, es wird sicher alles gut, Indy. Ich habe hier ein nasses Tuch. Da kommt es schon. Plopp. Hurra! Es ist ein Junge. Nein, ein Mädchen. Ich meinte, es ist ein Mädchen. Hallo. Ich werde sie, äh, Polly nennen. Klasse! Okay, wer ist der Nächste? Nein, Bluey. Weil Polly doch viel, viel zu früh gekommen ist, muss sie noch ganz, ganz lange im Krankenhaus bleiben. Weil sie noch sehr, sehr klein ist. Oh, oh, okay. Wir können uns ja um sie kümmern. Ja, wir können mein nasses Tuch dafür benutzen. Danke. Bevor du sie anfassen darfst, musst du dir erst die Hände mit Seife waschen. Alles klar. Hier waschen sich dann alle die Hände, okay? Ja, aber wir müssen sie erst ablegen in, äh, das ist wie ein Aquarium mit Löchern drin. Aha. Wie wär's damit? Ja! Ich leg Polly für dich da rein. Ah, ah, ah. Du musst dir erst die Hände waschen. Oh, ja. Ganz vergessen. So, los geht's, Polly. Und nun folgt ein Tier, welches absolut gar nicht freundlich ist. Es ist ein großer stinkender Pavian. Da, großer blauer Affe. Tja, ich hatte eigentlich erwartet, dass wir etwas mehr Aktionen von den Tieren sehen werden. Oh, was für ein böses Tier. Bleib hier, Schneeglöckchen. Steh doch mal auf, Riesenaffe. Unsere Besucher wollen dich nicht nur beim Rumliegen beobachten. Oh. Was? Ah, Affe schlafen, Affe schlafen. Es reicht. Tanzt für die Damen, du fauler Affe. Ah! Ah! Oh, weia. Ah! Affe kass am Popo. Ach, vergessen Sie den. Wir sehen uns lieber die Rieseneisvögel an. Komm mit, Schneeglöckchen. Ah! 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 Ich habe Fische gefangen. Oh, schöner Unterschlupf, Bingo. Danke. Ich sammle ein paar Muscheln. Es gibt Muscheln, die Pipi machen. Ah! 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 Bluey! Oh, Mann! Ich muss vom Schiff gefallen sein. Was ist das, Bingo? Ein Erwachsener! Wir können ihn essen! Ah! 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 Keine Angst, wir sind freundlich. Ich nicht. Ah! Au! Bluey, hör doch mal auf zu beißen. Erwachsene haben auf unserer Insel überhaupt nichts zu suchen. Oh, bitte. Ich will nur zurück zu meinem Schiff. Du darfst bei uns bleiben, bis dein Schiff wieder zurückkommt. Oder bis ich sehr großen Hunger habe. Ah! Ich muss zugeben, hier sieht es echt gemütlich aus. Was gibt's zum Frühstück? Hör zu, Erwachsene. Oh! Wenn du bei uns bleiben möchtest, dann musst du arbeiten. Auf, hopp, hopp! Oh, Mann! Die zocken mich ab! Guck, so sammeln wir unser Essen. Eine Frucht! Ah! Ist ja einfach. Früchte! Oh, Rodney, mein Schätzchen, du bist so weich! Es ist ein Haustierstein! Was? Er hat es gerade eben dort aufgehoben. Tja, keine Sorge, Snickers ist schwerer als so ein Haustierstein. Hab ich recht? Ich denke schon. Komm, schnell, Snickers! Okay. Wir schaffen es, wir schaffen es! Oh, Rodney, sieh mal, du kannst einen eigenen Haustierstein haben. Was? Sein Haustierstein hat einen Haustierstein. Das ist ungeheuerlich! Runter jetzt von unserer Wippe. Sofort! Warum sollte ich von meiner Wippe runtergehen? Was machen wir denn nur? Es gibt keine Kinder mehr. Oh doch, die gibt es. Und? Wie geht es deinem Vater? Papa! Was soll ich sagen? Wir brauchen dich! Aber nächstes Wochen... Ich komme! Mach schneller, Pompom! Mach schneller, Pompom! Ich bin da! Pompom, komm schnell hoch zu uns! Okay! Wie soll ich das schaffen? Ich bin oben! Ja! Erleben Sie den besten Sound! Ah! Laut! Dunkel! Okay, jetzt hat der Film angefangen. Das ist langweilig! Bingo! Sch! Ist denn das Gewitter schon da? Nein, man sieht nur Affen in einem Baum. Hey, Chubbles! Guck mal, was ich erfunden hab! Damit könnten wir das ganze Land erkunden! Oh, Chunky! Du und deine Erfindungen! Bingo! Sitz still! Warum kannst du denn nicht einfach wie wir anderen sein? Warum bist du in allem so anders? Ich weiß es nicht! Ich wäre gern nicht anders! Oh Mann, diese Lieder! Ich wäre so gern wie ihr! Oh, ein Popcorn! Ein Popcorn, bitte! Klar! Bingo, fasst das nicht an! Dad, bin ich eigentlich auch anders? So wie Chunky? Hä? Äh, ja, naja, äh, nein! Bingo, nicht Spatz! Ich glaube, ich bin anders! Los geht's!